Oh, 30 Level! Nice! Ich müsste weiter höher. Wo ist denn die Festung? Dort! Oh, ich bin schon ganz oben an... Ich muss doch weiter nach unten. Naja... Ich würde gerne mal wieder irgendeinen Hohlraum finden, wo ich einfach nur laufen muss. Nicht die ganze Zeit buddeln. Ah, wenn da meine Todespunkte sind, müsste ich doch rein theoretisch... Ich bin ja fast da. Ich würde mich in die Ecke graben können und dann wäre ich schon irgendwie oberhalb. Ich bin auch für 95. Das müsste vollkommen ausreichen. Und wenn nicht, geht's noch ein bisschen weiter nach unten. Okay. 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 Ja, das ist schon mal... Oh, das sieht hier schon mal sehr gut aus. Okay. 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 Ja, immer straight in die Richtung. Da haben wir sie doch. Nice, nice. Und ja, aber ne, da war es. Ich muss sie mir nicht extra craften. Geil. Geil, geil, geil. So, immer schön die Wege markieren, wo ich schon war. Ja, wir gehen erstmal hier hoch. Ah, schon eine Blaze. Und ich habe sie auch gesehen. Boah, da gab es wieder Klostein. Ohhhh. Okay, hier gibt es aber sonst nichts weiter außer einen Blaze-Spawner. Ah, den habe ich schon in der Overworld. So, falls dieser Skelett-Spawn kommen sie hier nicht durch. Den Quark brauche ich nicht. Die Pferderüstung und eins nehme ich auf jeden Fall mit. Da geht es nicht weiter. Äh, da waren wir schon. Ich höre seltsame Geräusche. Oh, Dias, nice. Hat sich ja doch gelohnt. Äh, du, 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 du. noch mehr Dias. Schön, schön. Na ja, gut, das brauchen wir nicht. Oh, noch mehr Sattel. Ähm. Naja, komm, die können wir eigentlich kleiner machen. So. Äh, so. Ich muss mir unbedingt den Milestone bauen. Leder für ein Backpack kommen. Aber wir haben hier alles gekleert. Nice. Hier nehmen wir auch noch etwas mit. So. Aber vielleicht. Noch moral, wenn wir es ohne Geräusche Nasch hatten. Geh mal runter. Looking back. Leider kein Klostein. Schade. Leider kein Klo-Stein vorhanden. Leider kein Klo-Stein vorhanden. Ach, das ist unter mir. Ach, das ist ein Klo-Stein vorhanden. Boah, ich sehe dich. Ey, wehe, du kannst hier hochspringen. Boah, ich habe richtig Panik gerade vor dem Vieh. Holy shit. Boah, ich sehe dich. Boah, ich sehe dich. Ah, was seid ihr für Viecher? Ach ja, da unten so ein Viech. Holy shit, Alter, der Leider ist echt gefährlich. Oh. Ach, dazu sage ich nicht nein. Ähm, ja. Passt alles. Ich bin auf die 33 Stämme gekommen, da kann ich zwei Sachen verzaubern. Unser Schwert und Picke. Äh. Äh, das lassen wir mal hier. Ich nehme noch ein paar Pätslampen mit, ganz ehrlich. Ich brauche halt nur ewig zum abbauen. Äh, wo habe ich die eingesammelt? Hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich. Oh, da ist noch Klostein. Okay, da fahren wir auch gleich ab. Das snacken wir uns auch noch. Wow. Feuer ist keins drin, oh Gott. Oh, da ist noch mehr Klostein. Oh. Oooooooo... Shhhhhhhhhhhhhh... Shhhhhhhhhhhhhh... Mm mm mm! Doo doo doo! Ja, und heimstack. Ach komm, die 4 stück kriegen wir doch auch noch zusammen. Ach, reicht schon. So, da haben wir ein Stack von denen. So, da sind wir in. Nein! Okay, ich hab genug vom Nöder. Hm. Ich blick da immer noch nicht ganz durch. Ähm, Erze alles da rein. So, dann machen wir auch das rein. Wieso machen wir das so Arsch? Der Stack ist hier, aber die Pilze kommen hier mit rein. Genauso wie die Herzen. Das pflanzen wir gleich an. Das kommt da hin. Die Herzen kommen da hin. Das aus der Hand, das kommt da hin. Hieraus bauen wir Darko ein kleines Häuschen dann. Einmal just for fun. So. Ach ja, ach ja. Das brauche ich. Das und das brauche ich. Das und das brauche ich. Oh, Fortune 3. Holy shit. Sharpness 3 Sweeping Edge. Nice. Oh, jetzt würde ich Weinmeiner. Oh, fuck. Oh, Weinmeining. Oh, geil. Ich hab ne krasse Picke. Ähm. Komm mal hier runter? Da hin, genau. Hier kommt jetzt das erste Mal mit hoch. Ihr müsst hier oben bleiben. Es geht nicht anders. Ähm. Fortune 3 war dort. 13 Level. 12 Level. Efficiency 3. Unbreaking 3. Weinmeiner und Fortune. Und hier hab ich nur Unbreaking. Ich müsste eventuell noch ein Efficiency 3 Buch hinbekommen. Das wäre Baba. Ich würde aber auch gerne erstmal ganz kurz das. Das und das. Und dann machen wir nochmal ein Schwert. Unbreaking 3 Sharpness. Hier hätte ich wieder Sweeping Edge 3. Brauche ich wieder XP. Da bräuchte ich wieder XP. Sharpness 1. Das werde ich mal hier drinnen aufbewahren. Aber Efficiency 3. Unbreaking 3. Weinmeiner und Fortune ist doch nice. Mal gucken, wie sich das verhält, wenn ich mit Weinmeiner arbeite. Und dasggerp etc. Ei, dieses pegt manchmal drauf. Du-du-du-du-du-du, du-du. So, Pflanzenzeug, Blöcke. So. Okay, das ist wohl doch nicht so gut. Hehehehe. So Darko, Firma, danke. Du hast bei mir auch oft genug abgeerntet. Hast du ja bestimmt auch bei mir Kartoffeln und alles geklaut. Ey und Melon, die hat der doch 100%ig bei mir geklaut. So ein Drecksack. Ich habe nur drei Diamanten, man sieht es. Was ist denn das da? Ah, okay. Darko kriegt jetzt erstmal ganz schnell eine Brausung von mir. Darko kriegt jetzt. Du, 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 du. Okay, weil meine auf einer Axt macht sich dann natürlich besser, aber auf einer Picke. Da muss man ja zwei Picken mit sich führen. Oder bringt es was, wenn man mal nicht sneaken tut. Äh, wenn man sneaken tut. Nein, ich habe keine Blöcke mehr. Nein. Na, na, die Köpfe hier noch. Hat genau gereicht. Geil. So, ach ne, scheiße. Wollte ich auf einer anderen Seite machen. So. Läuft. Alter, das muss ich aber jetzt echt mal testen hier. Was ist denn, wenn ich sneak, äh, baue ich dann auch so krass ab? Oh Gott, ich traue mich das gerade gar nicht. Ne, wenn ich sneak, geht alles ganz easy. Okay. Nice. Muss ich zwar jetzt immer sneaken, aber ist mir ladde. Nein, hier kannst du dich richtig machen. Schön. Schön. Das Net-Up-Portal war irgendwo in der Richtung jetzt. Du, 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 du. Natürlich. Nein, das wollte ich nicht machen. Okay, dieses Weinmeiner beherbergt aber noch echt kranke Probleme. Wenn du immer nicht sneaken tust, ist ja alles weg. Oh, dieser Wasserfall, der hier irgendwo ist. Dieser Wasserfall einfach. Oh. Sog am I. Ist das überhaupt noch an? Anscheinend nicht. Ja gut. So, da ist das wieder an. So, da ist das wieder an. Oh nein, es geht nicht da rein, sehr schön. So, da ist das wieder an. 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 So, da ist das. So, da ist das wieder an. 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 hier passiert. Oh, das war knapp. Oh, Leute, die ist schon wieder. Scheiß drauf, dass ich vorne alles verloren habe. Ich bin schon wieder richtig happy. Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du. nein es ist nicht neig jo ich würde sagen jetzt machen wir mal im questbuch weiter bevor wir mit der base weitermachen äh essen 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 ich weiß ich hatte viel mehr essen ich frag mich wo das hin ist naja du 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 Das machen wir so, die bleiben im Gepäck, die werden ganz kurz zusammengecraftet hier, so, genau, die kommen hoch, nice, so, hier haben wir wieder ein bisschen was fertig, gefällt mir, dann machen wir das hier noch alles, dann werden wir mal Questbuchtechnisch weiter machen und, ähm, Dings, äh, genau, Mauer-technisch, so, äh, 34, 34, so, 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 und, so, der Rest kommt da rein, passt, so, Questbuch des Summer Alerts, Totem of Undying, äh, Pumpkin Seeds, äh, Pumpkin, 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 Pumpkin Seeds, Hatte-Eig, eine Hohe, Hatte-Eig, ein bisschen Baudenmiel, Hatte-Eig, Stimmt, da fehlt ein Wasserblock, lol, Gleich reklamieren hier, da, so, dann wachse mal, so, Äh, die erste Mal raus aus der Offense, Dimensional Plasma Bucket, Joa, schön, und das hier, sieht mir doch aus wie Endstone, ey, die Honigwarmen hab ich, die hab ich gestern im Darko gemopst, aus seinen Bienenstöcken, da, 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 shit, so, Hammer, und ich brauche noch ein Bienchen, ich verstehe das nicht, Braid an Animal hab ich doch, da passiert nix, äh, ja, Bucket, ach, Bucket auf Block, ah, okay, okay, genau, genau, ah, EFFICIENCY 4, FORTUNE 1, ja, gut, ich hätte gerne SILT TOUCH EFFICIENCY 3, aber ich will die jetzt nicht zusammen craften, werd ich aber wissen, geht nicht anders 3, 20, nö, wir machen das hier 3 Gut, und bevor wir jetzt im Questbuch weitermachen und uns Bienen suchen, mach ich ein kurzes Boysin und bin gleich wieder da